hallo liebe tennos kleiner guide um wo können wir wie können wir genau da nämlich unsere einfache waffen und umständen testen wie gut sie denn überhaupt sind denn das ganze zu modden ist ja so eine sache für sich und jeder hat ja einen anderen geschmack wie möchte man da auf die gegner ein ob mit virus schaden oder wie hier dann mit schnitt und hitze und da müssen wir uns also doch einfach mal angucken wie unsere waffen beziehungsweise wie gut unsere waffen funktionieren das ganze möchte ich euch gerne mal kurz erklären wo man das kann und zwar kann man das ganze nämlich im orkos oder beziehungsweise da müssen wir zuerst hin auf dem pluto da können wir nämlich testen dann bis zu 20 gegner insofern wie die gegner meist drei bis insgesamt zehn mal einiges kennt haben was ja unter umständen schon allein zwischendurch passiert aber wir können es natürlich hier auch bei unserem scheppern und dann in auftrag geben beziehungsweise dass er uns die gegner dann auf den karten dann auch markiert beziehungsweise wenigstens kurz mal bescheid gibt dass wir dann gewisse gegner auf der map bin so dann schleichen wir hier gar nicht ewig herum können wir natürlich auch unsere schnellreise nehmen wenn wir dann drin sind das erst mal glaubt durch dieses toy noch und dann können wir hier unsere schnellreise machen so und wir wollen zu scheppern und die maris zu diesem netten raum und zwar dieser netten raum da kann man eine meisterschaftstest noch mal machen das ist schon mal super aber nicht nur das bei unserem scheppern und maris kriegen wir auch nachdem wir seine question alles haben nämlich unser simulacrum kompliziertes bord zeitgleich das ganze funktioniert ohne hier erstmal wo es das ganze gibt und zwar gibt es das ganze hier bei ihm nämlich haben wir hier die möglichkeit den simulacrum schlüssel zu bekommen wir brauchen halt eine menge ruf das heißt wir müssen schon klein wenig fortschreiten wir haben dann auch noch andere sachen hier die wie einige waffen und grundsätzlich können wir hier auch viele teile bei ihm nachkaufen deswegen ist sein shop hier richtig 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 voll und das eines gerne für ihn lohnt sich wie bekommen wir hier rufpunkte ganz kurz noch erklärt und zwar rufpunkt bekommen wir in dem wo sie denn da sind unsere teile die scanner verwenden und gehen einscannen und wir haben die synthese scanner zeigen nur die schwächen und resistenten das wäre eins was wir da drauf haben können wir haben die cross matrix vorrichtung chance dass der scannen synthese scanner als zwei zählt ist es auch super und füllt die ladung system des synthese scanners wieder auf natürlich ja dann brauchen wir ja weniger scans weil die scans müssen ansonsten dann hier oben gekauft werden reduziert die zeit für den scannen das natürlich für wenn man wirklich schneller größere mengen braucht dann um an 50.000 naja beziehungsweise erst mal den ruf zu haben ich glaube das war jetzt nicht so schwer ab rufstufe drei also schon relativ frühmöglich können wir hier wenn wir die quest alle durch haben dann nehme ich unter unser unser wo ist denn ein simulacrum nämlich machen simulacrum sind dann räume die wir hier im spiel woanders dann wiederum kaufen können und wir haben hier verschiedene möglichkeiten beziehungsweise wir haben jetzt erst mal drei am bekanntesten dürft ihr dabei sein saal sein die zitadelle muss ich jetzt sagen ist für mich jetzt nicht so super wir nehmen einfach das hier rechts das definitiv besser und dann sind wir auch schon drin das ganze ging relativ fix dann haben wir unser einstellen möglich kennen das in allen räumen übrigens ja gleich beziehungsweise ähnlich aufgebaut da unten kommen denn unsere gegner raus wir haben die freie wahl zwischen allen gescannten gegnern und wo uns hier noch was fehlt da zeigt es dann an vollständiges kennen zum freischalten den haben wir natürlich noch nicht aber alle gegner können wir denn hier verwenden die wir oft genug gescannt haben also leute im spiel dran denken einfach auch mal die gegner zu kennen zu scannen damit war auch die gegner hier freigeschaltet haben damit sind dann auch gemeint wir haben hier wenn es dann mal da oben bleibt die möglichkeit hier dann auswählen was wir insgesamt haben wollen einzelne gegner oder ganze packungen an gegner und dann ja wenn ihr mir jetzt einfach mal korpus oder grenier und da haben wir hier gleich schon mal eine auswahl drinnen wir haben gegner level das können wir natürlich einstellen wir lassen es mal maximal level 215 aber gut ok level 80 reicht uns jetzt erstmal wir haben der stelle eine fahrt kommen die gegner von weiter unten eigenbeschuss passiert und ist ja eher nicht so dann aber gleiter und sterblichkeit und unsterblichkeit ja wir wollen jetzt nicht unbedingt unsterblich sein machen uns die zache pause und so können wir doch einfach mal mit unserer verfahren da unten ein bisschen rum ballern bei den gegnern da können wir dann einfach nämlich testen wie gut sind unsere waffen und da sehen wir nämlich stellen fest wow da ist definitiv noch bedarf weil die gegner haben ja hier ein riesen schild und können wir zum beispiel einfach rüber gehen und uns andere gegner wenn die korpus zum beispiel ja für unser geschmack jetzt hier nicht sind oder dann können wir hier alles abwählen und eine neue packung nehmen hallo müssen wir erst gegner töte gegner so jetzt haben wir es lernen und dann können wir uns die neuen gegner reine und 20 gegner und dann schauen wir doch mal wie funktionieren denn unsere waffen hier gegen jetzt haben diese gegner nämlich schild und da testen auch bleibt man andere wache wie gesagt wir wollen ja hier einfach mal letztlich unsere waffen und testen und ob das ganze denn zum beispiel auch für größere gegner geeignet ist und da können wir natürlich alle unsere fähigkeiten dann ja auch mit testen und probieren das stellt dieser schöne modus nämlich dann wirklich sicher unser simulark rum dafür ist es da wir haben dann auch energie die zusätzlichen aufnehmen können und lebenspunkte wir können die gegner ja auch am leben lassen dann würde jetzt alle auf uns schießen aber das zum zeigen jetzt hier nicht unbedingt wenn ja alle durch die gegend rennen wir konnten hier unsere waffen wirklich gut testen und ja vielleicht auch schlüsse draus ziehen was an schaden hier noch gemacht werden kann oder sollte muss und wir haben auch die möglichkeit unsere gegner level vor allen dingen größer zu machen Leute dann sind wir an dem fertig simularkrum verlassen und dann bleibt ja nur noch die frage wo kommt das ganze her wir gehen gleich zum orbiter und wir haben nämlich hier zum beispiel die möglichkeit in einigen welche zu kaufen und da kommen wir doch mal wir haben jetzt hier gerade die mir reden wenn wir denn schon weiter fortgeschritten sind dann sollte sich hier genau unser raum den wir gerade benutzt haben die befinden gegen 100.000 ruf noch mal extra ruf können wir dann hier einen raum preis schalten für unser simularkrum so und das ganze funktioniert natürlich bei den anderen sind die karten auch das heißt wir haben hier red file tempel von den red files noch und simularkrum raum kaufen wir ihn einfach weil wir können ja gut gebrauchen auf achten im shop es ist nicht ganz preisgünstig und wir bekommen natürlich dann gegen 100.000 ruf über unsere fraktion dann gut die räume auch andere händler bieten das ganze und damit sind wir an der stelle durch ich möchte mich bei euch bedanken ich hoffe ich konnte euch helfen gerade wenn es denn ans modden denn selber geht hat man ja doch die ein oder anderen probleme dass man vielleicht vorher wissen will ob seine waffen dann ausreichend gut genug sind für die gegner und dann schreibt auch gerne mal was in die kommentare wenn ihr vielleicht noch andere bessere räume habt logischerweise es wird ja noch einige mehr geben in diesem spiel und von daher danke fürs zuschauen wer möchte kann gerne leichter lassen den kanal abonnieren euer remi